Andrej Hoffmann ist ein deutscher Fußballspieler, der aktuell bei Hannover 96 unter Vertrag steht. Seine bevorzugte Position ist die Innenverteidigung, er kann aber auch im defensiven Mittelfeld spielen. Karriere, Jugend Er fing mit dreieinhalb Jahren beim SUSH Zopf mit dem Fußballspielen an und wechselte 2000 in die Jugend des SC Phoenix-Essen. 2002 wechselte er in die Jugendabteilung des MSV Duisburg. 2010 wurde er vom DFB in der Altersklasse U17 mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber als einer der besten Nachwuchsspieler seiner Altersklasse ausgezeichnet. Hoffmann wurde zur Saison 2010 Elftel in den Profikader des MSV Duisburg berufen und mit einem Vertrag bis 2013 ausgestattet. In seinem ersten Jahr blieb er allerdings noch ohne Einsatz für die erste Mannschaft. Sein Profidebüt absolvierte er am ersten Spieltag der Saison 2011 Zwölftel gegen den Karlsruher SC, als er in der Startformation im defensiven Mittelfeld begann. Am 14. Spieltag bei Alemannia Aachen gelang ihm sein erstes Tor im Profibereich. 2012 gewann er in der Altersklasse U19 erneut die Fritz-Walter-Medaille in Silber. In der Winterpause der Saison 2012 Dreizehntel wechselte Hoffmann in die Bundesliga zu Hannover 96. Er unterschrieb am 3. Januar 2013 einen Vertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2016 und erhielt die Rückennummer 15. Am 20. Mai 2014 gab Hannover 96 bekannt, dass der Vertrag mit André Hoffmann vorzeitig bis Sommer 2018 verlängert worden ist. Sein erstes Pflichtspiel für seinen neuen Verein bestritt Hoffmann beim Rückrundenstart gegen den FC Schalke 04, als er in der 77. Minute für Sergio da Silva Pinto eingewechselt wurde. Sein erstes Heimspiel für Hannover bestritt er eine Woche später beim 2-1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Sein erstes Tor erzielte er zum zwischenzeitlichen 1-5 gegen Bayern München. Nach einem Patzer von Manuel Neuer köpfte er den Ball aus kürzester Distanz ein. Einen Spieltag später erzielte er das 2-1 beim 3-2-Auswärtssieg gegen die SPVGG Greuther Fürth. Im Juni 2014 zog er sich während des Trainings einen Kreuzbandriss zu und fiel über ein Jahr lang aus. Danach spielte er aufgrund seines Trainingsrückstandes vorerst während der Saison 2015 16. für die zweite Mannschaft von Hannover 96. Bevor er von Thomas Schaaf wieder für die erste Mannschaft berücksichtigt wurde, Hoffmann durchlief von der U16 bis zur U21 alle deutschen Jugendnationalmannschaften. Erfolge Persönliche Auszeichnungen Fritz-Walter-Medaille in Silber Fritz-Walter-Medaille in Silber Erfolge Maj OK Agama Erfolge